jo leute herzlich willkommen zu einem neuen part pokémon schwarz 2 randomizer naslook ja beim letzten mal haben wir die golems gefangen im turn up fahrt und noch unseren rivalen matthus auf die schnauze gegeben ja wie ihr sehen könnt stehe ich hier in dowsing das hat den grund dass wir heute das feentrio und schnappen wollen dafür müssen wir eben erst einmal noch etwas aktivieren nämlich dafür in trio selber wofür wir hier in diese eine hülle müssen wo wir sogar schon mal waren oder auf dem weg dahin waren wir schon mal naja stimmt hier brauchte man ja noch hier musste man im herbst hinkommen dann hat man hier ein bisschen mehr zu holen aber gut darum sollte es einfach mal nicht gehen ich habe bei reißer bereits kaskade beigebracht dass wir diesen wasserfall hier erklimmen können wo wir die hülle finden werden so da ging es wieder zurück und da sind wir auch schon ok denn hier können wir wie wir schon hören 2boots westbrett und selfeld antreffen natürlich werden wir sie nicht hier fangen aber ja es sind 3 legion counters na nun wenn das mal nicht geil ist es wundert mich kaum dass du dich dieser ort äh dass dich dieser ort interessiert schließlich bist du der besitzer eines pokedecks das dem irgendwas hat dieser ort hier an sich es lässt sich kaum in worte fassen oh shit das war grodon geil helfe aber auch nicht das war hoho das sind doch mal richtig geile legion counter das sind doch mal richtig geile legion counter man sagt sie haben uns wissengefühle und willenskraft gegeben ich frage mich wo sie wohl hin sind weißt du was kai du solltest einer erkunden und dich dabei auf die suche nach den drei machen jo machen wir alles kein ding naja ja stimmt ich hab ja kein pomo mehr fliegen dabei verdammt man wieso hab ich kein pomo mehr fliegen im team äh da hab ich natürlich nicht mehr dran gedacht ja ich weiß noch wo die dreien auftauchen von daher das ist jetzt nicht das problem problem ist einfach nur dass ich kein fliegen habe aber das sollte ganz einfach zu beheben sein indem wir einfach uns ein pomo mehr fliegen holen gehen denn ja das nächstgelegene von hier wäre denke ich mal september city maybe und wen tun wir hundemann kommen ist ja mal egal ja natürlich ich möchte schon versuchen diese ganzen uber legis die wir jetzt zum beispiel auch finden werden also fangen werden hoffe ich mal ähm ja wir gehen nach september why not ich versuche die nicht zwingend ins team zu nehmen bei so legis wie keine ahnung hier ähm suikun oder manafeat das wir ja auch schon hatten da finde ich es nicht so tragisch dass ich sie hatte äh follow grodon bleibe ich bei ja ich glaube ich bleibe bei korrigon weil es halt einfach keine uber legis sind also keine viel zu brokenen legis grodon hingegen ist doch schon eher eine andere kragenweite auch von den stats her von daher das sind dann halt so die pokémon die ich ja mehr oder weniger als last resort pokémon sehe einfach weil ja sie halt doch ein bisschen sehr stark sind äh eroption ging ja noch wir haben special attack plus bekommen ne finde ich das nicht so geil eigentlich ich weiß nämlich nicht so ganz wie die stats von grodon in der verteidigung aussieht nicht das polygon das hier am ende klatscht ich glaube zwar irgendwie nicht aber ja okay egal er klingt es trotzdem dankeschön es hat seit dem kampf gegen gaiorke im magma unter dem erb rum geschlafen ja das bis hierhin schwerste pokémon das es gab mittlerweile ist es ja was anderes nehme ich kosmobum ne mit 999 kilo das ist ganze 49 kilo schwerer als grodon warum auch immer das ding könnte ein schweißes loch sein das ist so winzig aber trotzdem so schwer ah gut letzten endes ähm grodon ist auch nur 350 350 ist das nicht so hoch ja verhältnismäßig zu einem menschen zum beispiel ist natürlich immer noch groß klar aber im verhältnis zur masse das echten schlechten bmi auch wenn der bmi natürlich auch für den arsch ist aber also teilweise golgantes das hatten wir hier nochmal bekommen vergleichst du mit golgantes wirklich ja ich glaube nur was wir hier bekommen hatten auf jeden fall golgantes hätte ich definitiv auch genommen außer wir hätten hier ein kaumalat oder so bekommen das wäre natürlich nochmal was ganz anderes weil nichts geht über kaumalat ne nichts geht über mein kaumalat beziehungsweise mein knack krack was wir wahrscheinlich nicht mehr bekommen werden headlife also ich hätte so eingestellt dass pokémon also auch legis durch pokémon mit allgemein gleichen stats ausgetauscht werden also ähnlichen stats und nicht legis mit ähnlichen stats meine ich zumindest dass ich das so gemacht habe dann hätten wir das natürlich auch hinbekommen weil ja knack krack hat ich glaube 600er base oder so irgendwas um den dreh oder sogar höher und ja wir hatten ja auch schon legis mit 600er base wie mannafi er hätte also auch ein äh ein knack krack auskommen können so bei dir wäre ich mir sogar sicher dass du was tanken könntest aber wir brauchen es nicht mal mehr herauszufinden super seine federn besitzen sieben farben man sagt dass demjenigen der sieht ewiges glück beschieden ist seht ihr mal jetzt haben wir ewiges glück ihr auch denn ihr habt auch hoho gerade gesehen also lohnt es sich doch immer wieder hier mal rein zu gucken haha und da wir jetzt hoho haben heißt es wir werden garantiert die challenge schaffen das wäre doch nice gut dann so nebenbei ich hatte ja mal gesagt ich hatte hier hinten hier hinten liegt noch eine tm die hatte ich auf camp vor der liga mal geholt gehabt bei mir war es da dunkelklaue ich wusste nämlich noch irgendwo musste es eine tm geben eine versteckte also semi versteckt ne oh besafloor hat sogar noch den zerschneider ganz vergessen hallo mein zikrom oh wir haben sogar die geile musik nice zikrom zikrom wäre auf jeden fall irgendwie ein pokémon ich würde so gerne nehmen also mitnehmen weil ich liebe zikrom einfach das ist fast schon mit der geilste drachen lege designmäßig und all wer mögt ihr mehr zikrom oder reshiram oder kirum vielleicht sogar ich mag auf jeden fall zikrom etwas mehr reshiram ist natürlich auch nicht verkehrt klar aber ja ich bevorzuge zikrom anlegen der es pokémon mit der macht die welt durch donner einzurächern hilft allen die einer welt der wünsche harren ja und jetzt müssten wir eigentlich nur noch Qurem haben apropos Qurem wir haben noch ein paar minuten zeit wollen wir uns das schon holen weil wir sind ja sogar schon fast in der nähe na komm irgendwas müssen wir ja noch machen um den paar zu strecken muss ich mich heilen ich glaube nicht doch ja egal wir haben nur HP verloren das kann man auch mit äh ne super ein Hypertrank brauche ich jetzt nicht dafür zu opfern da reicht ein Supertrank dann haben wir heute einen sehr legendären Part welchen nenne ich den Part sogar so ein legendärer Part voller Legenden ich hoffe wir kommen da jetzt überhaupt schon hin müsste aber eigentlich so sein ja was nein oder ging das erst nachdem wir C also das ganze mit N gemacht haben oder what oh rascheln des Gras mit dem Luminion wow unfassbar unfassbar aber wahr dass das jetzt noch nicht geht kann ich mich nicht daran erinnern ich dachte eigentlich es geht direkt nach der Liga wir werden es jetzt herausfinden wenn Kyurem da hinten steht dann klappt es ansonsten halt noch nicht ja okay geht noch nicht warum also müssen wir doch erst das mit N machen na gut wenn du das so willst spiel dann werden wir das halt mit N erst noch machen aber nicht mehr in diesem Part um wenigstens noch ein bisschen was sinnvolles gemacht zu haben dann gehen wir eben nochmal in der Ondula weil ja ich meine ich könnte jetzt einen kurzen Part machen aber einfach um es mal gezeigt zu haben und vielleicht kriegen wir das so das ein oder andere Itemings dabei gehen wir äh ne ich brauche ja noch Taucher an die Bucht von Ondula weil Reißhafer kommt immer mehr zum VM Sklaven ne aber ich hab halt leider keinen Anlassmon das die ganzen Attacken nähern kann also das ganze dient jetzt nur um das mal kurz gezeigt zu haben ich werd da jetzt nicht ähm darf aus sein alles zu holen oder alles zu zeigen wir werden einfach mal hier abtauchen mal kurz in die Unterwasserruinen gehen ich glaub hier können eh keine Pokémon auftauchen ja hier unten können wir halt ganz viele Items finden ich glaub insgesamt 37 und prinzipiell ist das hier halt der Ort wo man die ganzen alten Items finden kann also alter Hella und so weiter halt und es kommt auch ganz drauf an es gibt vier Punkte wo man hier runter tauchen kann um alles finden zu können oh ich glaub ich geh grad wieder zurück man hat halt ne bestimmte Anzahl an Schritten die man hier unten machen kann bevor man hier rausgespült wird in der Zeit kann man halt so viele Items suchen wie man möchte oder wie man schafft und irgendwann wirst du halt rausgespült und daher wir klappern jetzt einfach mal ein paar der Orte hier ab und gucken was wir so bekommen wie gesagt ist mir letzten Endes eigentlich egal Zauberarsch okay ob ich hier jetzt alles finde oder nicht ja und so sieht's dann aus wenn man rausgespült wird das kann man viermal machen wiederholen das jetzt einfach nur einmal oder vier äh dreimal und es gibt wenn man einen gewissen Weg geht kommt man halt noch in eine weitere Etage wo man erneut Items finden kann ja komm und wenn man ganz oben ankommt ich glaub da gab's dann ne alte Krone also das wertvollste dieser alten Items ich weiß grad gar nicht wie viel das genau gab aber auf jeden Fall einiges aber wie gesagt das ist mir eigentlich relativ egal ich hab genug Kohle ich brauch auch nicht mehr viel oder überhaupt noch groß Geld das ganze hier ist jetzt halt nur zum zeigen und weil wir natürlich noch ein bisschen den Part füllen wollten 1 gas was der König der König der 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 genau rückwärts lesen ich kann's nicht ist auf jeden Fall nicht mal ne Stärke ihr könnt's ja vielleicht selber lesen der kriegt ihr es besser hinter sich mh schade ok aber ja ich glaub vom Prinzip her ist es sollte das jetzt klar sein was man hier machen kann ein Watzer haben wir sogar schon mal gehabt war leider nicht mehr gut ich denke mal deshalb ich brauche es nicht mal weiter zu zeigen ich hab's jetzt mal ja mal so grob gezeigt was man hier machen kann man kann hier nur an zwei weiteren Punkten hin wenn man möchte nein ich geh noch nicht in die Pokemon Liga hinein die Liga Rematches starten nächsten Part noch nicht das wär zu früh aber ich geh schon mal in voraus hier hin denn ja von hier aus ist es am besten um zu N zu kommen wo wir dann beim nächsten Mal hingehen wir werden N bekämpfen und uns dann noch Tegrum holen und je nachdem wie lang der Part dann ist vielleicht sogar noch Tegrum na gut das alles beim nächsten Mal das war's nämlich erstmal mit Puma und Schwarz 2 für heute wenn euch das Video gefallen haben sollte lasst gerne irgendwie Feedback da positiv oder negativ bleibt euch belassen gerne mehr da in der Krembegründung was euch gefallen hat und was nicht und ja ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet wenn wir dann wie gesagt die glaub sogar letzten Legis holen bis dahin ciao Leute bis dahin